Ja, meine Lieben, herzlich Willkommen bei Aronadjon, herzlich Willkommen in Shadow of Chernobyl, genau, Stalker, so heißt es doch. Ich muss ja erstmal gucken, wo bin ich denn hier, wo muss ich denn hier? Wie man über Nacht so irgendwie alles vergessen kann. Nur weil irgendwie vieles andere gemacht wurde. Ah, da muss ich jetzt hin. Nee. Warum muss ich da jetzt hin? Nein. Ähm. Doch, muss ich, ja. Stimmt. Also in diese Richtung. Ja. Das ist so gut. Da wird nicht geschossen. Jetzt gerade. Das ist die richtige Richtung. Alles andere, ähm. Hm. Denke ich, habe ich durch. Ja, der kommt ja erst. Man kommt denn hier. Ah, jetzt muss man zum Maulwurf. Okay. Ach so, dann war das jetzt erster, erster Maulwurf. Warte mal, das hier war der Maulwurf. Und hier war Dokumentestell, ne? Ja. Ja. Was ist der dann hier? Übrig, ein Tag. Übrig, ganz viel. Hä? Machen die Witze? Zurückkehren, ne, zurückkehren und die Belohnung kassieren, war ja nicht. Dann, war das doch bei, dann bleiben wir doch beim Maulwurf. Die Gruppe vom Maulwurf treffen. So, und das machen wir jetzt. Was denn? Schon wieder irgendwie, äh. Ja, 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 äh, zurück. Noch, noch ein bisschen zurück. Haben wir ja noch genug vorhin. Machen wir. Ist doch die richtige Richtung, ne? So, jetzt kann ich nämlich hier mal, da war jetzt gar kein Geknatter mehr. Sagt das jetzt an dem Zeug, oder? Ja, wir machen mal nächste Level. Man, ich meine, das ist ja doch schon ein, ein, ein wenig. Aha. Alter. Wo? Wo? Was siehst du, was ich mich sehe? Oh, da ist er. Zwei Stück. Ich glaube, da müssen wir Unterstützung leisten. Wo wollen die denn hin? Wo willst du denn hin? Oh. Alter. Ich bin nochmal in einem Aus, aus und ausgeschleudert. Mann, ist das laut. Ist das laut gerade. Alter Schleuder. Ah, ich bin wieder da. Wie schön. Ich bin gleich bei euch. Aber ich möchte jetzt nicht unbedingt so blind reinlaufen. Wer bist du denn? Okay. 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 Alles uns. Was hast du? Ich gehöre zu dir. Oh. Was ist denn da da? Nicht gut. Hier wird ja überall schon ein. Hier. Ich muss mal ganz kurz, ähm, aufstehen und... Ich muss mich nochmal verdrücken. Hier sind ja überall so viele. Auftrag fehlgeschlagen. Hä? Der hat doch auf mich gezielt, der blöde Hund. Naja, jetzt muss ich sowieso nochmal starten. Der Komiker hat doch auf mich gezielt. Wieso war das falsch, den zu erschießen? So, ja komm, lass uns direkt loslaufen. Ja, ich weiß. Ich weiß, komm mit. Hast du mir eben schon gesagt? Mann, wiederhol dich nicht so oft. Ich weiß, die kommen jetzt. Ja, lass uns laufen. Na komm. Wo kein Eis liegt, kannst du laufen. Ja, jetzt geht's hier wieder. Die Luzi. Oh, 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 oh. Was ne Lautstärke. Alter, alter Schwede. Das ist dann aber auch laut aufgehoben. Da hört man nix mehr. Komm, lass uns laufen. Was ist los? Ah, die fliegen schon wieder zurück. Das ist ja nett, die haben nur abgesetzt. Die Hubschrauber selber greifen gar nicht an. Fällt mir jetzt das auch. Bin ja lustig. Die haben einfach nochmal eben abgesetzt. Wo ist schon so viel? Alles meine. Genau. Ähm. Warte mal, ich, äh. Hier, hier bin ich so ein bisschen. Ja, da kannst du ruhig wegen schießen. Da ist doch einer. Da ist doch eine Lampe. Hey, hör auf mich wegzudrücken. Lass das. Du blöder Hund. Wo kam der denn weg? Die sind echt gut hier, ne? Die schießen durch die Dinger hier durch. Suchen sich Verstecke. Oh, Alter. Ne, ich muss direkt ganz hinten bleiben. Das geht ja gar nicht. Alter, Schwede. So, jetzt aber im, äh. Im, im Dauerlauf. Schnell hin, schnell zurück. So, komm, Digga. Ja, komm. Hast du mir den schon erzählt? Komm mit. Red nicht so viel, dann sind wir schneller da. Da ist er immer mal zählen. Boah, hier sind viele drin. Hier sind verdammt. Da sind auch nur welche. Das sind richtig viele. Wie sollen wir das denn machen? Wie viele Leute sind wir? Fünf? Kommst du? Lass uns mal noch ein paar Hunde mitnehmen. Ich glaube, die könnten echt hilfreich sein. Was hältst du denn davon? Nichts, wa? Warte, ich komme wieder mit. Mhm. So, und diesmal gehe ich hinter die Mauer. Ach nee, ich kann ja eigentlich hier auch reingehen. Warum mache ich das denn gleich? Oh, was habe ich denn jetzt? Das wollte ich gar nicht. So, wollte ich auch nicht. Die wollte ich. Nein, da wollte ich ein... Kann ich eigentlich mal gucken, wa? Hup, hup. Warte. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach hinten. So, und jetzt die richtige Waffe. Das wäre nett. Da hockt da einer. Ups. Den kriege ich ja gar nicht. Ich bin da, äh, sehr gut drin. In daneben schießen. Huh. Boah, alter. Ja. Oh, oh. Die Schweine haben mich angekettet. Hält mir raus, Brüder. Wie soll ich das denn machen? Ich habe keine Munition mehr. Keine Munition. Ah, ich habe ja noch eine andere Waffe. Die hat doch eigentlich dann genug Munition. Warte, jetzt nochmal gucken. Na, nö. Hier haben meine Leute alle erschossen und sind abgehauen. Da geht's raus. Äh, ballern die da hinten irgendwo rum. Naja, zumindest kriege ich... ... bei meinen Leuten wieder Munition. Ähm, was hat denn der hier? 18er, 19er, super. Nehmen wir mit. Ach, gibst du mir doch alle auf einmal. Nehmen wir auch mit. Und die benutzen wir mal. Ach, das stimmt. Aus dem Inventar aus ist das eine ganz blöde Idee. Ach, das Thema hatte ich doch schon mal. Also, ähm, wo ist es denn da? Jetzt könnt ihr euch den ganzen Kram nochmal angucken. Und der eigentlich damit hinkommt. So, mach mal hin. Mein Desktop hat für mich gesehen, weil ich bin ja schaum. Ich habe jetzt ein Hintergrundbild. Also aus dem, ähm, wenn ihr da selber spielt, nichts aus dem direkt benutzen oder essen oder sonst irgendwas gar nicht machen. Das mögen die nicht so gern, wenn man direkt aus den Leichen heraus irgendwie was zu sich nimmt. Keine gute Idee. So, Hammer. Jetzt überspringen wir einfach mal. Komm, geht nicht. Na gut, dann mach halt. Also mal drin. Jetzt können wir wieder machen. Na, wie schön. Das Ganze nochmal in grün. Ist ja nicht so, dass wir das nicht schon gemacht hätten. Also machen wir es halt einfach mal. So. Und, ähm, in die Richtung musste ich. Warum? Ja, ja, ist, ist, ist gut. Ich weiß. Äh, warte. So. Und jetzt ruhig. Ich glaube, hier wäre ich jetzt auch ohne durchgekommen. Alter. Ne, ne, ist klar. Warum muss ich da jetzt wieder hinlaufen? Hm. War nicht eben der letzte Spielstand, dass ich dann bei ihm hier, genau hier, wieder gestartet bin. Das Militär versucht, die Gruppe von Frankfurt zu verstören. Wir müssen ihm helfen. Ja, dann versuch einfach mal. Nicht auf, du, ein, weil ich da ja, du, genau. So. Jetzt machen wir eine wunderschöne Helikopterfahrt. Können wir gleich, was wir sehen. So, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Bis dahin ging es noch. Wir haben sechs gegen sieben, glaube ich. Acht, neun, zehn. So grob geschätzt. Und die machen alle unsere Leute platt. Das geht ja mal gar nicht. Ich glaube, warte mal. Das wäre vielleicht gar nicht mal so falsch, wenn ich direkt mal wechsle. Dann habe ich doch genug Schuss auf jeden Fall parat. Das sind unsere Leute. Aha. Kommen wir aber nicht ran. Das ist auch unser. An dir komme ich ran. Wenn ich dich sehen würde. Komm, deine Lampe nach vorne. Ach, da hinten ist auch noch einer. Direkt wieder nachladen, doch. Oh, ja. Wer gehört zu mir. Haha. Den haben wir gut erwischt. Wo sind die anderen jetzt? Da. Nee, der gehört zu uns. Ja. Das ist auch mal echt mal schwierig, rauszufinden. Wer gehört zu wen, ne? Ich glaube, wir haben. Nicht? Nein, nicht. Ich treffe dich schon noch. Ah, die haben das jetzt echt geschafft. Wie geil ist das denn? Warte mal, ich komme nach. Hups. Ähm. Da ist eine Type. Mal so. Angemerkt. Werden hier mit der Wumme geschossen. mit der richtig lauten. Wer gehört doch zu uns. Okay. Also was definitiv auch schon mal auch schon mal sicher ist. Es passiert ja nicht immer das Gleiche. Offensichtlich. Es leben doch so viele von uns. Oh. Doch nicht mehr. Aber sie haben es versucht. Sie haben es versucht. Davon benutzen wir es mal. Besser warten. Moment. Wir wollen ja nicht schon wieder. Das sind die 18er und sind das die 19er. Ja, damit. Die kann ich ja noch verbraten. Und ihr braucht sie nicht mehr unbedingt. Ähm. Nachladen? Leben. Leben brauche ich gar nicht mehr. Muss ich dir erst mal finden. Ein Medikid. Ja. Nimm. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Dann hilf mir jetzt aber. Na warte erst mal. Lass uns den hier erst mal kurz ähm seine Sachen abnehmen. Die er da so hat. Wenn ich mehr brauche. So. Ich würde sie jetzt ungerne die Leuchte anmachen. Dann wissen die ja sofort wo ich bin. Da ist eine tote Leiche. Da ist noch eine tote Leiche. Okay. Ja, ich höre dich. Ich höre auch, dass du Hilfe sagst. Aber ich muss erst mal da sein. So, jetzt habe ich schon mal eine Granate. Wie schön. Die haben ja alle so nette Sachen drin. Warte doch da hinten erst mal mit dem der macht schon mit dem Rabatz da hinten. Ich gehe mal hier hoch. Na toll. Hat mir ja wirklich was genutzt. Da reden sie. Okay. Da hinten ist noch Licht und da ist noch eine tote Leiche. Und noch eine ganze Menge viele. Ah ja. Du hast da ein kleines Stellungsproblem habe ich das Gefühl. Wo bist du denn nun? Oh. Oh cool. Wenn man ordentlich trifft, dann funzt du da auch. Du wirst da nicht zerquetscht. Du musst aber dich gedulden. Weil ich muss da kann ich schon da. Klappt. Klappt. Na? Ihr seht mich nicht? Das ist ja cool. Oh, der hat mich gesehen. Wenn sie nah genug sind, dann sehen. Jetzt wisst ihr, warum ich die Leuchte nicht anmachen wollte. Wo ist er denn? Warte, meine Waffe klemmt. Sag doch mir zumindest. Edge. Da drüben. Ich will es jetzt hoffen. Danke, mein Freund. Du hast mein Leben gerettet. Das war zu knapp. Die Stirner ziehen ihre Missionen immer durch. Wir müssen hier weg, bevor das Einsatzkommando hier ist. Ja, was ist? Ich zeig dir den Weg. Nein, nein. Du musst jetzt erst mal warten, weil du sollst mir Informationen und so geben. Du sollst mir nicht wegschubsen. Du sollst mir Was ein blöder Hund. Ich weiß doch gar nicht, was ich jetzt machen muss. Und warte. Oh, Alter. Den darf ich jetzt nicht verlieren, oder? Kann das sein? So, wo bist du? Ach, da hinten leuchtet es. Ich folge dir mal ganz auffällig. Ich seh da hinten schon wieder eine Leuchte. Und ich höre Hubschrauber. Und hier ist ein Loch. Können wir da rein? Findest du? Also ich finde nicht, dass das so still hier ist. Ach, die Dokumente müssen jetzt still, ne? Das ist doch dann jetzt hier Dokumente still, ne? Wo bin ich denn? Ja. Also ich finde wirklich nicht, dass das so still hier ist. Muss ich immer so sagen. Aber wie komme ich nach runter? Ah. Lustig. Drehen tut das hier alleine. Okay. So. Ne Granate habe ich. Habe ich auch noch mal ne Waffel? Gut. Die habe ich auch noch. Jetzt aber erstmal speichern, weil besser ist. Ähm. Ja. Okay. Wir haben aber auch 19 Minuten rum, meine Lieben. Das heißt, ich mache an der Stelle jetzt Feierabend. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Teilt es gerne auf was Hubschrauber mit dir, wenn ihr möchtet. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Bye, bye. Wir sehen. alle. Wir sehen. Wir sehen. inquiet. Wir schauen.